happy birthday to you herzlichen glückwunsch an alle leute geburtstag haben und herzlich willkommen bei red.gambl ich spiele für mesh arena aber ich spiele kein 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 wettkampf geht erst in vier stunden los deswegen spiele ich ein schnelles match und das 2 gegen 2 genau viel spaß ok die erste runde geht los ich bin ein bisschen müde so ohne warte ich bin ein bisschen Hm, mein Schild? Ah, zu langsam. Gina Krog, das ist doch der MPC. Oh! ... ... ... ... ... Das war's. Nein! Habe ich auch einen NPC oder? Wie sieht das aus hier? Gute Frage. Ist das einer oder nicht? Ich glaube es ist einer. Okay. Okay. Erstmal 1-2-2 machen. Gut, gut, gut. Ist nicht. Heute. Ah, lauf schneller! Gibt's doch nicht. 3 zu 6. Ich glaube das ist aber ein NPC. Meine ich. Egal. Egal. Bis gleich in der zweiten Runde. Ich hoffe die wird besser. Viel Spaß. Warte. Okay. Wenigstens 0 Punkte. Kein Abzug. Gut, bis gleich. Okay. Okay. Jetzt. Die zweite Runde. Die wird bestimmt besser. Hoffentlich. Ich glaube es liegt nicht. An den anderen spielen sollen. Immer mir. Heute ist wirklich nicht mein Tag. Gut. Ich denke. Pfff. Ich bin ein Z. Ich bin ein Z. Aber es warhuhn. Ich gab es mir nicht mehr. Ich bin ein Z. Auch nicht. Ich glaube, es war mir. Ich whobe. Wir haben ein Z. Für den brauche ich kein anderes haben, der hat nur Rakete. Das gibt es doch nicht. Schießt nicht meinen Kameraden ab. Junge. Okay, eins zu eins. Immerhin. So, dann haben wir wieder mit dem hier los, am Anfang. Schnell hochflitzen. Ah. Nee, ey. Okay, nice. Das war gut. Hier wieder der eine mit Raketen, das ist ja egal. Das ist glaube ich ein NPC. Die NPCs können nicht mit der Raketenwerfer umgehen. Okay. Wait, 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 wait. Das ist ja egal. Das ist ja egal. Das ist ja egal. Das ist ja egal. Jawohl. Brandy? Brandy? Hab ich auch schon mal gehört. Auch in dem PC? Ich weiß es nicht. 3, 2, 1. Sieg. Jawohl. Nein. Oh, erster und zweiter im VP. Ist das nice? Gut. Schau mal, wie viele Punkte ich kriege. Die ganze Quest fertig. Schön. 25 plus Punkte. Na gut, egal. Dann sind wir gleich. Bis zur nächsten Runde. Okay. Und die letzte Runde. Die Nummer 3. Für heute. Ich will wieder nach hinten gehen. Verstecken. Auf ein Schutzschild warten. Nice. Was? Ah. Mensch. Hm. Hm. Okay. Das ist auch ein M.P.C. Egal. S-Runde haben wir gewonnen. Schweine kommt schon fort. Hopp, hopp, hopp. Ach, kein Schuss mehr. Heiß 1. 4-2. Okay. Hat die Sau mich erwischt? Das sitzt doch nicht. Den jetzt mal hier. Haben wir heute noch nicht genommen. Ja, 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 ja. Nicht auf mich schießen. Okay. Hat zwar auf mich geschossen. Alle Mechs besiegt. Jawohl. Nice. Ich weiß nicht, wie alles M.P.C. war. Ich glaube, es waren alles M.P.C.s außer ich. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Gut, dann war es das auch schon für heute mit den drei Runden, die ich bei Mech Arena mal spiele. Schauen wir uns mal schnell das Ergebnis an. Ich glaube, ich bin nur an zweiter Stelle. Ja, zweite Stelle. Plus 10 Punkte. Ich glaube, das drei sind hier M.P.C.s. Kann man im Internet auf der Seite nachschauen. Ja, alles sind M.P.C.s. Aber ich glaube, das sind M.P.C.s. hier. Guadastic Bab. Thermonok. Oder Bamboo Boy. Ich meine, das sind drei M.P.C.s. Naja, egal. Ich sage mal Dankeschön für das Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auf der nächsten Video seid. Bis dann, wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao.